Oh mein Herr, ich sehe, unsere Immobilien-Sparte kommt wieder in Schwung. Darauf kann es sein lassen, das wird ein Riesending, wir ziehen die Haut. Ich hätte gern 2000 Euro in Reiseschecks. Soll er leben, kein Mal nur. Die Bank hat Lena ihr Häuschen weggenommen. Wir müssen nur geschickt investieren und dann können wir jeden Monat ein schickes Sümmchen generieren. Und wir möchten erst der Bank wieder wegnehmen. Hast du den Plan im Kopf? Nein. Ja, also dann mach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind jung. Wo ist meine Uhr der Marke Rouletts? Ich will meine Uhr zurück oder ich rufe die Polizei. Wo ist eigentlich der Herr Schneider? Hoffentlich erkennen die mich nicht sofort. Wir möchten gerne einen Kredit. 2000 oder 2500 Euro? 250.000 und wenn es geht, ein bisschen schnell. Unsere Zeit ist begrenzt. Verlassen Sie mein Bett und nehmen Sie Ihren Kröckstoff und der ist sich in meinen Rückenbord. Der ist kein Kröckstoff. Kennst du das Spiel 32, Hibruf? Die Regel sagt, dass du jetzt die Karten aufhebst. Sagt die Regel auch, dass ich dir gleich einen vor's Maul. Was habt ihr denn vor? Du, ein Junge, du mach dir mal nicht in die Hosen. Was haben Sie denn da? Märchenfilm, Cinderella's Dream, das ist ja süß. Ja, so ähnlich. Der ist von heute an unser Maskottchen. Passt wie die Faust aufs Auge. Großer Auftritt, kleines Hirn. Darf ich Sie küssen? Warum wollen Sie mich denn küssen? Also das weiß ich auch nicht. .